Hallo everybody, am 10. September, ich habe eine Buchparty in Le Dretage mit vielen Gästen und so und ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, dass ich lese, nur lese jeden Tag ein Gedichte vor und ja, ihr habt meine Anladung zu Le Dretage am 10. September Das kleine Wort in meiner Hand, nenne ich Namen. Erste Poem Von Spinnen eines Königsreichs, der Armut in der Unterstadt der Poesie 1 Man sagt, du konntest viele Sprachen wie König Salomon, aber ich erinnere mich nicht, dass du Persisch geredet hast mit meinem Großvater. Der mir die Hand reichte und ich kusste sie. Heute weiß ich, dieser Kuss ist ein ganz bestimmtes Wort in einem Wortebuch, das im letzten Jahr jaudend verloren ging. Danke. 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 Danke.